Ja, und eigentlich gibt es so viel zu sagen über diesen Vers, den ich letzte Woche ausgespart habe, Sprüche 13, Vers 24. Erst habe ich überhaupt überlegt, soll ich da wirklich jetzt nochmal intensiver drauf eingehen, das ganze Thema hatten wir ja auch schon und das kommt auch wieder. Aber dann beim näheren Nachdenken über diesen Vers, genauere Betrachtung dieses Verses, war dann doch klar, dass wir auf jeden Fall darauf eingehen sollen und heute Morgen habe ich darüber gesprochen, eine Dreiviertelstunde und war noch lange nicht fertig. Ja, insofern vielleicht werden wir auch noch uns weiter damit befassen. Wir lesen mal hier in Sprüche, Kapitel 13, Vers 24. Und diese Sprichwörter, die versuchen ja, Wahrheiten auf einen Punkt zu bringen. Sprichwörter sind nicht sozusagen lange Abhandlungen, wo uns im Einzelnen Dinge erklärt werden, sondern Sprichwörter bringen eine Wahrheit auf den Punkt. Und ja, bei diesem Spruch, wenn wir den betrachten, ist es wichtig, dass wir auf diesen Punkt auch kommen. Worum geht es eigentlich dort? Ja, es ist so die Frage, kann man das hier heutzutage überhaupt noch öffentlich vorlesen und per Livestream übertragen? Geht das überhaupt? Ist das nicht verboten? Also erstmal gilt in unserem Land die Meinungsfreiheit, das heißt, man kann durchaus noch auch über Dinge sprechen, die vielleicht umstritten sind. Aber mir geht es hier vor allen Dingen darum, dass wir den Vers richtig verstehen und das, was Gott uns dazu zu sagen hat. Und interessant fand ich hier die Untersuchung des hebräischen Textes. Das macht die Elberfelder hier auch ganz gut. Sie weist darauf hin, wie es eigentlich wortwörtlich heißt. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn liebt hat, sucht ihn mit Züchtigung. Bei der Untersuchung des hebräischen Originaltextes ist mir auch noch heute Morgen was aufgefallen und das fand ich was Wunderbares, weil es mich als Musiker angesprochen hat. Als Musiker und auch jemand, der gerne als Musiker nicht nur selbst Musik macht, sondern sie auch gerne analytisch untersucht und seinen Spaß daran hat, seine Freude daran hat an der Komposition, dem Aufbau, der Form. Weil die Form ist auch etwas, was den Inhalt beeinflusst. Und so ist es auch in der Sprache, gerade bei solchen poetischen Texten, die eben nicht nur eine reine Information weitervermitteln, sondern tatsächlich auch eine bestimmte Form haben, dass dieser Form uns hilft, den Inhalt besser zu verstehen. Und die Form des hebräischen Originaltextes ist es nur zum Teil hier wiederzufinden im Deutschen. Im Hebräischen ist es tatsächlich so, dass am Anfang steht, Wer schont, also das Verb, die Aktivität, also wer schont und zwar was? Seine Rute, der hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, der mit Züchtigung sucht ihn. Also es stehen sich an den äußeren Enden dieses Verses die Verben gegenüber, nämlich schonen und suchen. Dann stehen sich gegenüber die Rute und die Züchtigung, beziehungsweise Erziehung. Das Wort, was hier eigentlich steht, ist dasselbe Wort, was in Sprüche 1, Vers 2 steht, nämlich die Zucht, die Ermahnung, die Erziehung. Rute und Erziehung. Dann Hass und Liebe. Und was steht in der Mitte, im Zentrum, die Form des ganzen Verses macht uns deutlich, hier steht etwas im Mittelpunkt. Und das hat auch inhaltlich seine Bedeutung, dass es nämlich der Mittelpunkt des Interesses ist in diesem Vers. Es geht um das Kind. Dieser Vers ist ein Vers über Erziehung. Und wenn es um Erziehung geht, dann soll aus Gottes Sicht, was im Mittelpunkt stehen? Das Kind. Der Sohn. Nicht der Vater. Nicht die Mutter. Nicht der Erzieher steht im Mittelpunkt, sondern das Kind steht im Mittelpunkt. Das ist natürlich für unsere Erzieher hier unter uns überhaupt nichts Weltbewegendes. Aber da muss man sich die Geschichte der Menschheit vor Augen führen. Und da muss man sich die Realität auch vor Augen führen. Hier geht es nicht um eine Diskussion um Erziehungskonzepte. Sondern es geht hier um Gottes Wort. Um was Gott uns vor Augen führt. Nämlich, dass für uns als diejenigen, die Verantwortung über Kinder haben, dass das Kind im Mittelpunkt stehen soll. Nicht wir selbst. Und das ist etwas, was bei der Beschäftigung mit diesem Vers mir deutlich vor Augen gekommen ist. Bei diesem Vers geht es tatsächlich darum, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Dass das Beste des Kindes im Mittelpunkt steht. Es geht um das Beste für das Kind. Und dass die moderne Pädagogik viele pädagogische Ansätze genau das auch ins Zentrum ihrer pädagogischen Konzepte stellt, hat ihren Ursprung in der Bibel. Hat ihren Ursprung im Wort Gottes. Die Ursprünge der modernen Pädagogik liegt interessanterweise in einer christlichen Erweckungsbewegung um 1700 herum. Im sogenannten Pietismus. Da hat man das Wort Gottes neu entdeckt und auch entdeckt, wie wichtig das Kind ist. Und auch die nachfolgenden pädagogischen Bewegungen, die dann kamen, noch im 17. und 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, sie haben sich tatsächlich gespeist auch von geistlichen Entdeckungen aus dem Wort Gottes. Das Kind im Mittelpunkt des Interesses Gottes. Wir finden es auch bei Jesus, oder? Als die Jünger gefragt haben, wer ist der Größte? Was hat Jesus getan? Er nahm ein Kind und stellte es in die Mitte und sagte, dieses Kind, wenn du nicht wirst wie ein Kind. All diese Dinge haben Pädagogik beeinflusst. Nämlich das Kind wichtig zu nehmen, das Kind ernst zu nehmen mit seinen Bedürfnissen, mit dem, was wichtig und gut für das Kind ist. Das sollte uns beschäftigen und das beschäftigt uns als Eltern oft nicht. Auch als Gesellschaft. Selbst wir heute, das moderne Deutschland, das ja so modern und so fortschrittlich ist in seinem Denken, auch in seiner ganzen Pädagogik. Was tut es? Nicht das Beste fürs Kind. Wir haben das letztens erst vor zwei, drei Jahren selber hier als Kindergarten erlebt. Wir haben als Kindergarten einen Ganztagskindergarten. Und dieses Ganztagsangebot hat sich ursprünglich an dem Bedürfnis des Kindes orientiert. Ganztägig war dann sechs, sechseinhalb Stunden. Womit der Tag des kleinen Kindes also richtig ausgefüllt ist. Dann ist auch wirklich Feierabend für so ein kleines Kind. Aber dann kam der Wechsel. Vor ein paar Jahren wurde gesagt, wir fördern ganz, wir beurteilen Kindertagesstätten nur noch daran, ob sie Ganztag sind, wenn sie den Eltern Ganztagsberufstätigkeit ermöglichen können und deswegen acht Stunden und mehr offen haben. So mussten wir unsere Öffnungszeiten verlängern. Nicht am Wohl des Kindes orientiert, sondern im Interesse der Eltern, im Interesse der Ökonomie. Wir machen uns selbst was vor. Im Zentrum Gottes, wenn es um Erziehung geht, dann steht das Kind im Mittelpunkt. Nicht wir Eltern, nicht wir Erwachsene, sondern der, der Erziehung braucht, Orientierung braucht, Schutz braucht, der gesegnet und gestärkt werden muss und ausgerüstet werden muss für diese Welt. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Lass uns mal nicht zuerst an der Rute hängen bleiben. Mit der Rute werden wir uns noch befassen, später in diesem Buch. Da gibt es noch ganz andere Aussagen. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Was bedeutet das eigentlich, die Rute schonen? Das heißt, die Rute soll heil bleiben. Sie ist wichtiger, als dass der Sohn gut erzogen wird. Ein Gegenstand ist wichtiger, als das Kind. Und da dachte ich, das spricht auch in unserer Zeit. Wie oft sind unsere Gegenstände wichtiger, als das Kind. Wie oft ist es uns wichtiger, dass unsere Sachen heil bleiben, macht bloß nichts kaputt, als dass wir uns darum kümmern, dass ein Kind gut aufgezogen wird. Hauptsache das Kind ist ruhig, Hauptsache das Kind macht keinen Schaden, alles andere ist uns egal. Was mit der Seele unseres Kindes ist, was das Beste für das Kind ist, das interessiert uns nicht. Wir denken daran, was ist für mich jetzt gerade gut? Dinge sind wichtiger, als unsere Kinder. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass es oft sogar ist, sie sind uns wichtiger, als Menschen sowieso. Das ist auch unabhängig davon, ob wir Kinder haben oder nicht. Die Dinge sind uns wichtiger. Wir selbst sind uns wichtiger, als andere. Und wovon das noch spricht, habe ich empfunden ist, eben diese Kurzfristigkeit, diese Kurzsichtigkeit. Welche Ziele verfolge ich eigentlich in meiner Erziehung? Welche Ziele habe ich? Wie gesagt, was ist wichtiger? Das kurzfristige Ziel zu erreichen, dass die Rote heil bleibt, oder das langfristige Ziel, dass mein Kind einen guten Weg geht. Wir vernachlässigen die langfristigen, die wichtigen Ziele für unsere Kinder um kurzfristige Dinge, um niedriger Ziele willen. Und da, wo Pädagogik tatsächlich sich vorgenommen hat, das Beste des Kindes zu suchen, da muss man sagen, ja, das ist auf der einen Seite gut, aber dann ist natürlich die Frage, was ist das Beste für das Kind? Und darin klafft dann auch wieder moderne Pädagogik mit dem, was Gottes Wort uns lehrt, weit auseinander, weil sich moderne Pädagogik eben größtenteils auch als nicht christlich versteht, nicht die großen Ziele Gottes vor Augen hat, sondern eben tatsächlich kurzfristigere Ziele vor Augen hat. Ich sehe diesen Vers auf jeden Fall als einen sehr klaren Hinweis darauf, dass Gott keine Laissez-faire-Erziehung befürwortet. Lass doch das Kind laufen. Lass doch das Kind machen. Das Kind weiß schon selber, was richtig ist und was falsch ist. Lass das Kind sich selbst entwickeln, entfalten. Geschwister, da gibt es bestimmte Wahrheiten drin. Manchmal ist es auch gut, Kindern Freiraum zu geben, sie nicht immer einzuengen, einzusperren, zu gängeln. Tatsächlich Gaben entfalten zu lassen, die diese Kinder haben. Aber wir müssen auch sehen, Kinder, die in diese Welt hineingeboren werden, es gibt eine oder es gibt zwei große Gefahren, die Kindern ausgesetzt sind. Die eine große Gefahr ist, dass Kinder in diese Welt hineingeboren werden und sie ist finster. Sie ist böse. Sie ist brutal. Sie ist feindlich. Kinder sind vielen Gefahren ausgesetzt. Sie sind schwach und schutzbedürftig. Und das versteht jeder Hans und Franz. Dafür muss man nicht pädagogisch studiert haben, um zu wissen, dass wenn ich zum Beispiel ein Grundstück habe, vielleicht hast du ein bisschen mehr Knete und konntest dir es leisten, ein Haus zu kaufen und hast ein Grundstück und das Grundstück endet an einer bestimmten Stelle und dahinter ist ein Graben. Ein Entwässerungsgraben oder was weiß ich, was da ist oder so ein Fluss. Und du hast so ein kleines, so einen kleinen Windelpuper und der fängt an zu krabbeln und er krabbelt los und dass sein Herzenslust ist, krabbeln, krabbeln, krabbeln. Lasst mich durch die ganze Welt krabbeln. Und dieses Kind krabbelt und krabbelt und krabbelt und kommt ans Ende des Grundstückes. Und wenn du die Sache einfach so laufen lässt, was passiert mit dem Kind? Es krabbelt und fällt in diesen Graben hinein und ertrinkt. Da ist es doch ganz selbstverständlich, dass du das Kind davor schützt, dass du eine Grenze ziehst, dass du vielleicht einen Zaun baust, wo das Kind nicht in den Graben fallen kann. Ist doch selbstverständlich. Natürlich schränkst du damit die Freiheit des Kindes ein. Es kann nicht mehr so frei krabbeln, wie es möchte. Ja, vielleicht weint es sogar, als du den Zaun ziehst und es da nicht durch mehr kann. Dann weint es vielleicht sogar deswegen. Ich möchte so gerne da wieder, ich möchte so gerne in den Graben fallen und ertrinken. Das will es natürlich nicht. Aber es möchte sich frei entfalten. Aber da sind Gefahren, da lauern Gefahren. Geschwister und diese Welt, da ist so viel Finsternis, so viel Böses. Es ist ja nicht so, dass alle Menschen auf dieser Erde gut sind und einem Kind wohlgesonnen sind. Nein, vielmehr ist es andersrum. Da sind genügend Menschen, die es böser meinen und die ein schutzloses Wesen ausnutzen wollen für ihre Zwecke. Deswegen ist es unverantwortlich, einem Kind ein Handy in die Hand zu drücken mit Internetzugang und es einfach so in diese Welt zu entlassen, ohne Schutz, ohne Begleitung. Es nicht darauf vorzubereiten, zu lehren, Grenzen zu ziehen. Wir als Eltern müssen es erstmal für die Kinder tun, denn die Kinder tun es nicht. Sie sind grenzenlos. Sie probieren alles aus. Sie haben keine Ahnung, was alles für böse Dinge in dieser Welt passieren und was alles für böse Mächte hier regieren. Und wir müssen sie schützen und das müssen wir dadurch, dass wir Grenzen ziehen und diese Grenzen sind vielleicht erstmal schmerzhaft für das Kind. Das Kind will vielleicht diese Grenzen nicht akzeptieren, weil es nicht anerkennen will, dass wir weise und weitsichtig sind. Aber du wirst es nicht verhindern oder du kannst nicht einfach sagen, nur weil mein Kind diese Grenzen nicht anerkennen will, weil es gegen diese Grenzen rebelliert, deswegen ziehe ich diese Grenzen nicht, weil dann störe ich ja den Frieden, dann habe ich keinen Frieden mehr zu Hause, habe ich keine Ruhe mehr. Ich gebe lieber dem Kind das Ding in die Hand, dann ist es ruhig, dann habe ich Ruhe, dann habe ich meinen Frieden, dann kann ich surfen, wie ich will in meinem Internet. Dann haben wir alle Ruhe, ist doch schön. Ist gar nicht schön. Also, Gott ermutigt uns hier, stell als Eltern, aber auch nicht nur als Eltern, hier sitzen ja nicht nur Eltern, es geht um uns alle, stell als, vielleicht auch als Gesellschaft, als Gemeinde, stell das Kind in den Mittelpunkt. Kümmer dich um die Kinder. Ja, die zweite Hälfte des Verses, ich finde die hebräische, das hebräische Original so wunderbar, weil es heißt, suche das Kind, suche deinen Sohn. Du musst ihn erst suchen. Es ist nicht so einfach mit so einem Menschen, wenn der da so in die Welt kommt. Und dann ist er da und er ist nicht einfach ein Gegenstand. Bevor wir weitergehen und uns eigentlich diesem Zentrum zuwenden, nur eine Sache noch. Dieser Vers, wie gesagt, er kann auch sehr zum Anstoß werden. Man kann ihn ja vielleicht völlig falsch verstehen, wenn man ihn liest. Dann denkt man vielleicht, was meint dieser Vers? Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn liebt, züchtigt ihn bei Zeiten. Heißt das etwa, wenn du dein Kind liebst, dann schlag es mit einem Stock, bis der Stock kaputt geht? Das heißt es natürlich nicht. Aber es wurde natürlich und es haben Menschen benutzt. Solche Verse haben Menschen benutzt, um ihre Gewalttätigkeit gegenüber ihren Kindern zu rechtfertigen. Und hier unter uns sitzen vielleicht, der ein oder andere sitzt hier, der das so erlebt hat, der das noch so erfahren hat, dass mit dem Stock zugeschlagen wurde. Vielleicht auch nicht mit dem Stock, sondern mit der Hand, vielleicht sogar mit der Faust. Wisst ihr, Gott geht es hier nicht darum, Gewalttätigkeit zu rechtfertigen. Es geht hier in diesem Vers um was ganz anderes. Derjenige, der gewalttätig ist gegenüber den Kindern, der hat eben nicht sein Bestes im Sinn. Der seinen Zorn auslässt, der sich gehen lässt, der vom Zorn Getriebene. Um den geht es hier nicht. Gott kennt euren Schmerz, wo ihr das vielleicht erlebt habt, dass Väter oder Mütter euch gehasst haben, darin, dass sie euch verprügelt haben. Ungerechterweise. Oder vielleicht auch mal zu Recht, aber dann ohne Maß. Aber wisst ihr, viele, viele von uns haben noch mehr gelitten darunter, dass Eltern ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Dass sie abgehauen sind. Dass sie ihre Kinder am Stich gelassen haben. Dass sie sie nicht gesucht haben. Dass keine Liebe da war. Und das hat sich noch mehr gezeigt, indem sie ganz die Biege gemacht haben. Und wisst ihr was? Ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich Vater werden durfte. Weil ich dadurch so viel gelernt habe. Ich habe gelernt, dass es in mir steckt. In mir steckt dieser Mensch, der sich selbst am nächsten ist. Der sich selbst höher achtet als alle anderen. In mir steckt dieser dieser Sünder. Dem ja selbst so ein Schutz, also so ein hilfsbedürftiges Wesen am Ende egal ist. Wisst ihr, wenn ich mich um mein Kind gekümmert habe, es hat geschrien, dieses kleine Baby und man wollte doch unbedingt schlafen. Und dann schreit dieses Kind und stört einem die Nachtruhe. ich habe Verständnis für Mütter und Väter, die überfordert sind und abhauen. Alles stehen und liegen lassen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir zu viel. Ich habe Verständnis dafür. Ich habe auch Verständnis für Eltern, die die in ihrer Überforderung sagen, Kind, was hast du denn? Mir geht es so schlecht. Ich kann dir nicht sagen, was ich habe, weil ich noch nicht reden kann. Ich will meine Ruhe, ich brauche meine Ruhe, ich muss morgen wieder arbeiten, höre endlich auf zu schreien. Und in ihrer Hilflosigkeit werden sie gewalttätig und am Ende zum Mördern ihrer Kinder. Ich habe Verständnis dafür. Es ist in mir. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich bewahrt hat davor, dass ich nicht gekniffen habe und abgehauen bin. Ich bin Gott dankbar dafür, dass Gott mich bewahrt hat davor, meinen Kindern ernsthaften Schaden zuzufügen. Ich habe es wahrscheinlich noch viel zu viel gemacht. in meinem Zorn, in meiner Überforderung. Ich bin Gott dankbar dafür, dass ich ihn finden durfte, bevor ich Vater wurde und deswegen wusste, wo ich hingehen muss mit meiner Überforderung. Weißt ihr, dass es nämlich unmöglich ist, eigentlich ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein. Es ist für uns Menschen unmöglich, weil der Vers sagt uns, worum es eigentlich geht. Hass oder Liebe. Liebst du dein Kind? Liebst du Kinder? Liebst du diese kleinen Wesen, die so nervig sind, so anstrengend? Liebst du diese Wesen, die so schutzbedürftig sind, aber die du nicht irgendwie, ja, du kannst alles mögliche versuchen, aber am Ende sind sie unberechenbar. Am Ende machen sie dann doch, was sie wollen. die nicht beherrschbar sind. Das ganze Sache, die ganze Sache mit den Kindern, das ist, es ist so furchtbar, man kann das nicht beherrschen. Und wisst ihr, diese, diese Route, es ist interessant, das hebräische Wort wird auch verwendet in Zusammenhängen, wo es Zepter bedeutet. Es macht uns deutlich, wir haben Macht über unsere Kinder. Sie sind klein, sie sind, sie haben keine Chance gegen uns, wenn wir gewalttätig werden, haben sie keine Chance gegen uns. Und nicht nur körperlich. Wisst ihr, das Verbot, Kinder körperlich zu erziehen, mit körperlichen Strafen zu erziehen, was es gibt, das ist ja nur der Versuch sozusagen, unser Versagen, unsere Sünde irgendwie einzudämmen. Dagegen vorzugehen, dass Eltern ihre Kinder misshandeln, fertig machen, aus ihrer Überforderung heraus oder aus Grausamkeit. Wie auch immer, weil sie ein böses Herz haben und ihren Zorn an ihren Kindern auslassen und nicht das Beste für das Kind suchen. Es ist dieser hilflose Versuch, die Eltern jetzt daran zu hindern, dass sie das tun. Aber das hindert Eltern nicht daran, auf andere Weise ihre Kinder zu misshandeln, auf seelische Art und Weise. Wisst ihr, der Grausamkeit und Bösartigkeit des menschlichen Herzens sind doch keine Grenzen gesetzt. und das Problem ist, da wo du auf der einen Seite versuchst, das Böse einzudämmen, da machst du auf der anderen Seite, das sind unsere menschlichen Versuche, wir kriegen das nicht hin. Was braucht eigentlich ein Kind? Ein Kind braucht Liebe. Wo nimmst du Liebe her? Kannst du Liebe gesetzlich verordnen? Nein! Du kannst zwar sagen, das Beste, was du dem Kind geben kannst, ist Liebe, aber wo nimmst du die Liebe her? Und es geht um die selbstlose Liebe, die Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst. Wo kannst du die Liebe herbekommen? Du kannst sie von Gott bekommen. Gott ist derjenige, der die Liebe in Person ist. Er ist die Quelle der Liebe. Er kann dein Herz füllen, dass du dich selbst hinten anstellst und sagst, ach du kleines süßes Wesen, wenn es dich anschreit mehr oder weniger und du in deinem Fleisch verletzt bist. In deinem Fleisch denkst du, in deiner fleischlichen Ruhe gestört wirst. Aber weil dein Fleisch gekreuzigt ist, kannst du sagen, ist egal, jetzt bist du da und ich bin für dich da. So wie mein Gott für mich da ist, so bin ich jetzt für dich da und kümmer mich um dich. Aber auch wenn das Kind nicht schreit, wenn das Kind nicht irgendwelche über irgendwelche Grenzen tritt oder in Gefahren steht, nein, gerade da, wo es ruhig und still und zufrieden ist und ich meine Ruhe habe, mein Kind zu suchen. Liebe ist es und das ist hier im Zentrum. Im Zentrum steht das Kind und rechts und links steht Hass oder Liebe und die Liebe sagt, suche dein Kind, suche deinen Sohn und zwar mit Erziehung, mit Grenzziehungen, mit dem Aufweisen von Konsequenzen. Es ist gut für dein Kind zu wissen, dass die Welt böse ist und wo es aufpassen muss. Es ist gut für dein Kind zu wissen, dass es nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern du wirst es erleben, dass dein Kind das nicht ernst nimmt, wenn du es nur sagst. Manche Kinder sind so, da reicht es, wenn du sagst, mach das nicht und das Kind sagt, okay, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich mach das nicht. Aber die allermeisten Kinder machen es nicht. Warum nicht? Weil die zweite Gefahr ist nicht die Gefahr, die von außen kommt, sondern die von innen kommt. Es ist unser sündhafter Trieb, Grenzen zu überschreiten. Und ja, manchmal ist es gut, Grenzen zu überschreiten, Dinge auszuprobieren, die ich noch nicht gemacht habe. Aber die Grenzen, die mir Gott gibt, das sind Grenzen, die ich nicht überschreiten sollte. Weil ich mich dadurch am Ende schade und nicht nur ich mich selber, sondern auch alle anderen um mich herum. Und dafür muss ich mein Kind, das ist meine Aufgabe, wenn ich mein Kind liebe, dann muss ich es auch vor sich selbst schützen, vor diesem sündhaften Trieb. Und am Ende kann ich es natürlich nicht. Im Ende kann ich mein Kind nicht von der Sünde retten, es sei denn durch Jesus Christus unseren Retter. Und das ist auch in der Erziehung so wichtig, am Ende auf Jesus hinzuweisen, am Ende auf die Rettung hinzuweisen. Wenn du immer und immer wieder die Grenzen austesten musst und überschreiten musst, ich sage dir, ich gebe dir jetzt diese Konsequenz, diese Strafe, damit du fühlst, dass das Böse, was du tust, dass es schlimme Konsequenzen für dich hat, dass es Schmerz verursacht bei anderen, aber auch für dich in deinem Leben und darüber hinaus im Gericht. Wisst ihr, es gibt ja manche Dinge, die wir tun, manches Böse, manche Sünde, da spüren wir sofort das Böse. Wir merken das. Es wirkt sich negativ auf unser Leben aus. Ich tue etwas, versündige mich und ich habe selbst die Konsequenzen. Da brauche ich nicht noch Schläge, da braucht das Kind nicht noch Schläge. Wir müssen nur dem Kind vor Augen führen, hey, guck mal, das eine hängt mit dem anderen zusammen, dass es dir jetzt so schlecht geht, dass du jetzt so leidest, hat damit zu tun, dass du falsche Entscheidungen getroffen hast, dass du einen falschen Weg gegangen bist. Verstehe das, das hängt zusammen, dein Leiden jetzt und das, was du gemacht hast vorher, das hängt miteinander zusammen. Dann brauche ich nicht noch die Route zu nehmen, weil dann ist schon die Route Gottes auf dem Kind. Aber manchmal gibt es Situationen, wo unsere Kinder Böses tun und sie merken hinterher nicht, dass es Schmerz verursacht. Und da ist es wichtig, den Kindern deutlich zu machen, hey, das, was du da getan hast, das tut weh. Und deswegen ist Strafe durchaus auch ein wichtiger Teil der Erziehung. Aber es ist nur ein kleiner, geringer Teil. In dem Ganzen ist es so wichtig, die Kinder brauchen diese Grenzziehung, sie brauchen diese Orientierung, gerade auch, wenn sie klein sind. Und da ist Konsequenz doch so gut und so wichtig, wird jeder Pädagoge bestätigen. Konsequente Erziehung. ist so hilfreich. Weil die Kinder lernen, auf Papa kann ich mich verlassen. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Und in dem Ganzen ist noch viel wichtiger und damit will ich jetzt für heute erstmal schließen, in dem Ganzen ist noch wichtiger, dass wir uns klar machen, dass diese Konsequenz, die wir unseren Kindern, weil das gut für unsere Kinder ist, wenn wir ihnen diese Konsequenz angedeihen lassen, diese Konsequenz, die müssen wir selber haben, mit unserem eigenen Leben. Wisst ihr, wir lassen die Dinge laufen, weil wir selber gerne nicht irgendwie zurechtgewiesen werden wollen. Wir lassen unsere Kinder einfach so laufen und erziehen sie nicht, weil wir selber nicht gerne erzogen werden wollen von unserem Gott. Weil wir selber so inkonsequent sind mit uns selbst, wollen wir unseren Kindern keine Grenzen setzen. Wenn wir es aber doch tun, dann sind wir Heuchler. Und das ist das, was Paulus schreibt in 1. Korinther 9, damit will ich abschließen für heute. Wie gesagt, zu dem Thema lässt sich noch so vieles sagen, 1. Korinther 9, könnt ihr schon mal aufschlagen. Also das, was Gott uns durch diesen Vers sagen will, in Sprüche ist, übernimm die Verantwortung, kümmere dich um dein Kind, erziehe es. Übernimm die Verantwortung, nimm die Aufgabe der Erziehung an. Lass dich nicht entmutigen. Ja, du musst vielleicht auch ein Risiko eingehen, etwas falsch zu machen. So viele Eltern sind heutzutage so ängstlich, etwas falsch zu machen. Sie machen gar nichts, weil sie so viel Angst haben, etwas falsch zu machen. Aber damit liebst du dein Kind nicht. Weil du besorgt bist um dein eigenes Perfektionsstatus. Du musst ein Risiko eingehen und vielleicht sogar dich schuldig machen. Es ist besser, ein Risiko einzugehen und vielleicht einen Fehler zu machen, als nicht zu handeln. Nicht zu handeln führt am Ende zu viel Schlimmerem in der Erziehung. Und das Wunderbare ist, selbst da, wo wir Fehler machen, kann Gott am Ende es wieder gerade rücken. Wir können unseren Kindern zeigen, was es heißt, Fehler zu machen und wie man mit Fehlern umgeht. Wir können ihnen zeigen, was es heißt, sich zu demütigen und um Vergebung zu bitten. Sie können so viel lernen, auch aus unseren Fehlern. Aber nichtsdestotrotz ist, wenn es um Erziehung geht, vor allen Dingen zuallererst unser eigenes Verhalten, unser Verhalten uns selbst gegenüber gefragt. Und ich sage, wenn wir diese Verse in 1. Korinther 9 nicht beherzigen, ich glaube, dass keiner die Rute in die Hand nehmen darf, der diese Verse nicht ernsthaft auf sich selbst anwendet. Paulus sagt, wisst ihr nicht, in Vers 24 von Kapitel 9, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer nur den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Nur weil wir begnadigte Kinder Gottes sind, lasst uns nicht bequem auf dem Sofa sitzen, das sage ich allen, die zu Hause sitzen, nein, das sage ich uns allen, das ist unser Fleisch, wir wollen gemütlich auf dem Sofa sitzen, aber lasst uns, echt, weil wir diese Gnade empfangen haben, weil wir Kinder Gottes sind, nicht aus unseren eigenen Werken, sondern durch seine Gerechtigkeit, lasst uns trotzdem alles reinsetzen, dass wir das Ziel erreichen, das Ziel Gottes, dass seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit in unser Leben hineinkommt, mehr und mehr und unser Wesen umgestaltet wird in sein Wesen. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und hier steht dieses Wort enthaltsam, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, was eigentlich heißt selbst beherrscht. Die Herrschaft, die Rute über mein eigenes Leben, das Zepter über mein eigenes Leben, darauf kommt es an. Und Paulus sagt hier weiter, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, ich bringe ihn unter Versklavung. Paulus konnte manchmal sehr radikal sein, wenn es um sein Fleisch ging und es geht hier nicht um Selbstkasteiung, es geht hier nicht um Sadomaso irgendwie, sondern es geht um die Härte gegenüber das eigene Fleisch, gegen die rebellische, bequemliche Haltung unseres Herzens, unserem Gott gegenüber, unserem Vater gegenüber. Und er sagt, warum er das tut, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ich will nicht als Vater ein Heuchler sein. Ich will nicht meine Kinder Gutes lehren und selber Böses tun. Und da muss ich sozusagen, und das ist für mich eine Hilfe, wenn ich anfange, meinen Kindern zu predigen, dann muss ich zuallererst mir selber predigen. Wenn ich bei meinen Kindern harte Maßnahmen ergreife, dann muss ich zuallererst bei mir selber harte Maßnahmen ergreifen. Ich sollte mehr Gnade mit meinen Kindern haben, als mit mir selbst. Gott möchte, dass wir uns selbst in die Erziehung Gottes hinein begeben, dass wir fähig werden, selbst beherrscht zu sein. Und das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn du mit Gott wandelst, dann wächst das, diese Selbstbeherrschung. Wenn du aber in Gottes Erziehung, wenn du immer wieder wegläufst, wenn du immer wieder dein eigenes Ding tust, dann wächst diese Frucht des Geistes in dir nicht. Dann bist du nicht selbst beherrscht. Dann kriegst du das nicht hin, die Grenzen zu ziehen. Gott möchte, dass wir selbst beherrscht werden und dass wir auch unsere Kinder dann erziehen, dass sie Grenzen ziehen, Grenzen für sich selber ziehen und einhalten. Dass sie fähig werden, sich unterzuordnen, einem höheren Gesetz, einem höheren Vater, dass sie zu Erwachsenen werden, die selbst beherrscht sind, die nicht vom Zorn getrieben sind, nicht von ihren Begierden getrieben sind, sondern die das höhere Ziel der Liebe vor Augen haben, die erfüllt sind von dieser Agape Liebe und deswegen auch ihre Kinder lieben, sich ihnen zuwenden, für sie da sind, ihnen Orientierung geben, ja auch diese unbequemen Maßnahmen ergreifen, die dazu dienen, im Moment sind wir doch, wir sind doch alle Kinder, oder? Und Mama Mutti Merkel gibt uns diese strengen Regeln und wir haben so unsere Meinung dazu, wie wir das finden, aber Geschwister, es ist in höherem Sinne ist es so, wenn wir Gott uns nicht unterstellen und ihm vertrauen als unserem Vater im Himmel, auch in seinen Geboten, in der Orientierung, die er uns gibt, dann werden wir es fühlen, weil er uns liebt, lässt er es uns fühlen. Also lasst uns unsere Kinder wirklich in den Mittelpunkt stellen, lasst uns unsere Kinder wirklich lieben, unsere eigenen Kinder, aber auch Kinder generell. Lass uns nicht teilhaben an dieser kinderfeindlichen Gesellschaft, wo die Kinder stören, wo es besser ist, die Kinder irgendwie wegzusperren, wo es besser ist, die Kinder irgendwie mit diesen ganzen negativen Informationen dieser Welt zuschütten zu lassen, wo wir es einfach geschehen lassen, dass unsere Kinder missbraucht werden von dem Fürst dieser Welt, sondern lass uns darum ringen, dass Gott uns mit Liebe erfüllt für unsere Kinder und für die Kinder generell, dass wir sie erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn, wie es in Epheser 6 heißt. Wie gesagt, es gibt noch so viel dazu zu sagen, aber das lassen wir für heute. Jesus, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deiner Agape-Liebe. Herr, und da, wo wir leiden mussten als Kinder, wir bringen dir diese Verletzungen unseres Herzens. Herr, du hast gesagt, durch Vergebung werden wir heil werden. So wollen wir vergeben, da wo unsere Eltern versagt haben, an uns, wo sie zu wenig Liebe hatten für uns. Wir wollen ihn vergeben und wollen uns dir, dem ewigen, dem wunderbaren Vater zuwenden und deine Liebe empfangen, deine Liebe aufsaugen in uns, damit wir auch Väter und Mütter werden, Männer und Frauen, die die lieben, die die Kleinen lieben, die Kinder, die Hilfe brauchen, die Orientierung brauchen, die Wegweisung brauchen, die lernen müssen, was gut ist, was böse ist, die Hilfe brauchen in diesem ganzen Kampf, in dem sie stehen, im Kampf mit der Finsternis, mit der bösen Macht um sie herum und auch mit dem Bösen in ihnen selbst. Jesus, wir bitten dich, dass du uns ausrüstest, wirklich zum Segen zu werden für unsere Kinder. Danke Herr dafür, dass du unser Gebet erhörst. Amen.